Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Daniel, es war ein sehr interessantes Spiel, für die Zuschauer zumindest, ich denke mal für einen Spieler, als Spieler hat man das sicherlich auch sehr intensiv erlebt. Jetzt denke ich mal ein paar Minuten sind hin, habt ihr euch ein bisschen abgekühlt. Was sagst du jetzt zu dem Spiel insgesamt? Also insgesamt denke ich, es war ein gerechtes Unentschieden. Die haben uns am Anfang sozusagen ein bisschen überrollt, weil wir einfach, wir waren gar nicht auf dem Platz und auf einmal stand es 2-0. Wobei es 1-0 natürlich schon eine Fehlentscheidung war vom Linienrichter, sagen wir es mal so. Aber egal, dann stand es 2-0 und wir sind aber trotzdem ruhig geblieben, haben gewusst, es ist trotzdem, 2-0 kann man auch aufholen. Es ist nichts verloren. Und dann mit dem Anschlusstreffer vor der Halbzeit noch, war dann für uns klar, okay, Halbzeit jetzt nochmal sammeln und in der zweiten Halbzeit nochmal richtig Gas geben. Und dann waren wir eigentlich auch die spielbestimmende Mannschaft. Und dann war es natürlich kurios, ich kriege eine gelbe Karte, wo ich eigentlich ein bisschen mehr, ein bisschen größeren Dialog habe mit dem Schiedsrichter. Und zwei Minuten später mache ich ein Handspiel, das war keine Absicht, aber es ist mir bewusst, dass wenn man so ein Handspiel macht, dass man dann natürlich vom Platz muss. Und das hat, glaube ich, nochmal einen Push gegeben unserer Truppe, dass sie ein bisschen aggressiver noch geworden sind und den Ausgleich gemacht haben. Und wiederum ist es typisch für uns, dass zwei Minuten später kommt irgendwie ein Ball wieder ein 16er Schuss, drei Schüsse aufs Tor, drei Tore. Und dann natürlich nochmal aufgepusht und so weiter und Gott sei Dank noch 3-3 gemacht, ja. Was sagst du zu der Leistung in der ersten Halbzeit oder zumindest bis zum 2-0? Könnt ihr ja wahrscheinlich nicht zufrieden sein insgesamt aber? Also insgesamt dann, wenn wir mal das Spiel anfangen beim 2-0 Rückstand, dann haben wir wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber das, was von Anfang an passiert ist, wir sprechen es immer wieder an und sagen Männer, heute wichtiges Spiel und seid da, gebt Gas und so weiter. Und dann ist es oftmals so, dass wir erst beim 1-2-0, wenn wir hinten sind, aufwachen. Es war ja auch zwischen den Mannschaften ziemlich emotional aufgeladen, das Spiel. Jetzt habe ich gesehen, nach dem Spiel ist man eigentlich wieder freundlich zueinander. Könntest du da mehr dazu erklären, zu den Emotionen, die da zwischen den Mannschaften unterwegs waren? Nein, es ist einfach so, wir sind definitiv keine schlechte Mannschaft und stehen als Aufsteiger richtig gut da. Und Huchenfeld ist halt eine Mannschaft, die vorne steht, zwei Plätze vor uns steht und aufsteigen will. Und deswegen war das auch ein Spitzenspiel und da ist es natürlich schon so, dass man den zumindest ein bisschen ärgern will. Und deswegen ist da auch richtig Feuer drin, aber viele Spieler kennen sich untereinander und von dem her ist das nach 90 Minuten dann auch wieder erledigt. Jetzt bist du leider wegen der gelb-roten Karte im nächsten wichtigen Spiel nicht dabei. Das ist gleich hier am Mittwoch daheim gegen TSV Weider. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Und ja, es ist natürlich bitter, dass du jetzt nicht dabei sein kannst. Ja, natürlich, es ist ärgerlich jetzt in der englischen Woche. Für mich ist es gut, ich kann mir eine Woche ausruhen. Aber es ist natürlich ärgerlich für die Truppe, dass ich am Mittwoch nicht helfen kann. Die erste gelbe Karte muss ich nicht bekommen. Und die zweite gelbe Karte, ja, war ein langer Ball. Und ich komme einfach mit dem Kopf nicht mehr richtig ran und ziehe die Hand hoch. Aber ja, wie gesagt, es war keine Absicht, das ist Reflex. Aber mir war dann sofort bewusst, dass es eine gelb-rote Karte ist. Und das war auch richtig so. Aber ja, es ist passiert. Okay, was sagst du zum Spiel? Was müsst ihr da bringen als Mannschaft? Ja gut, am Mittwoch ist es eine vermeintlich leichtere Aufgabe wie jetzt heute. Aber das ist halt immer genau bei uns jungen Spieler, das denen beizubringen oder immer wieder einzuflößen, dass man 100 Prozent geben muss, dass man sonst auch gegen solche Mannschaften Schwierigkeiten hat. Ihr habt ja das Ziel Aufstieg verfolgt, beziehungsweise Anschluss an die Spitze halten, um vielleicht Relegationsplatz rauszuholen. Ja, wie ist da jetzt die Perspektive? Ja, ich denke, der Punkt war okay heute. Wir wollten auf jeden Fall nicht verlieren, dass wir noch ein bisschen dranbleiben. Aber ich sehe es jetzt nicht so, dass wir unbedingt auch, also wir haben das auch intern in der Mannschaft. Natürlich, wenn man lange vorne dabei ist, dann macht man das auch. Aber es wäre jetzt auch nicht die Welt untergegangen, hätten wir heute verloren. Und es wäre der Abstand ein bisschen größer geworden. Solange wir vorne mit dabei sein können, liegt an uns, machen wir das natürlich. Aber es ist jetzt keine Pflicht für uns oder es geht die Welt nicht unter, wenn wir das nicht schaffen sollten. Daniel, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg. Gerne. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen.